Was ist denn? Ja. Sag doch mal, was ist. Ja. Steffi. Ich bin einsam. Aber ich bin doch da. Eben. Und die Künstler auf der Bühne. Guck mal, der Christoph, die Susanne. Aber kein Publikum. Keiner darf hierher. Wieso denn nie? Na, weil so Kunst, das ist eben nicht systemrelevant. Was ist denn systemrelevant? Na, systemrelevant ist alles, wo jetzt in der Krise wichtige Entscheidungen fürs Land getroffen werden. Also die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten. Genau. Die sind zum Beispiel systemrelevant, weil die sagen, wo es lang geht. Aber ein Theater, in dem nur sinnlos Leute rumsitzen und vor sich hin atmen und konsumieren und alles beklatschen, das ist nicht systemrelevant. Oh Gott. Dann schließen die bald den Bundestag. Wieso? Nicht systemrelevant. Und das ist ein sehr, 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 sehr. Und das ist ein sehr, 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 sehr.